Es sind von hier zur Zürde und den Kleinbaden weggefahren sind. Ah, das könnte ich nicht. Das war in meinen Augen. Charlie Küpper hier. Wir haben eine Fahne unter uns. Und schnell, wo das Benzin aus dem Koffer kommt? Ja, irgendwo mit dem Rohr. Sonst hat es mir keiner gefolgt. Eben. Man muss auch so sagen. Vielleicht wird es heiß. Na, hoffentlich. Und dann nichts hier weggehe, bevor uns noch irgendjemand sieht. Hä? Sie kriegen uns nie. So ist es recht. Das ist der Wagen. Das sind die beiden. Ja. Hey, die haben Benzinkatisten. Scheiße, die wurden die Karre abgemacht, aber nicht benutzt. Verdammt, die Bullen. Verdammt, wir konnten hier uns das zu erfüllen. Oh, scheißegal. Du hast mir zu, dass wir abhauen. Und direkt zieht schlechtes Wetter auf. Genau wo ich anfange, zeigt er sich das erste Mal gerade. Guck dir das an. Und jetzt ist er da. Ich fahre. Und jetzt ist er. Hallo, Herr Barthof. Kann ich auch gleich hin zu uns? Ja, klar. Schön, dass ich jetzt schnell kommen kann. Hallo, Herr Barthof. Um mir ehrlich zu sein, habe ich mir Sorgen gemacht. So auskriegen, wie am Telefon waren, schien mir das gerade für ein Blutfall zu sein. Ja, das kommt auch so ein bisschen hin. Bestimmt. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Renate. Ich bin Renate. Hallo. Hallo. Das ist Kevin. Das ist der kleine Sohn, kann meine Freundin erreichen. Kevin, kannst du mir jetzt immer gerne spielen, dass ich die Erwachsenen kurz unterhalten kann? Ja. Der ist ja süß. Das ist ein guter Herr. Herr Ballas. Ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube, ich stecke gerade richtig. Ist alles in Ordnung, Herr Ballas? Ja. Sie. Oh mein Gott, Sie bluten ja. Ich hole mein Kreislauf. Ja, was ist denn geholt? Herr Ballas. Herr Ballas, dann Sie bei mir. Ronny? Ronny, du wirst nicht glauben, was alles so richtig passiert ist. Bei den Films, die im Fluggemeinen, ist ja ganz tatsächlich eine Überfall. Ronny? Wer sind denn Sie? Sie? Was ist denn hier? Sie sind nur da noch. Sie sind nur da noch. Ich bin die Rechteangänge, so wie das Freund, den Freund ich fälle, an die Verband fortgekotzt. Ohne, das schmeckt. Ja? Ja. Herr Ballas. Herr Ballas. Herr Ballas. Herr Ballas war bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Seine Verletzung hat sich als schuss strong herausgestellt. Ich hab von der Aufregerktor einige Sachen geholt. Der ist父 Clapper, als er immer nachts im Krankenhaus bleiben muss. Und wo ist denn der Krankenwagen? Es geht schon weg.